So, die E4, die Kinder der E4, mit Träger. Hier steht Markus und Christian. Die E4 bitte. Für alle einheitlich gekleidet. So, seid ihr vollständig? Nein, seid also eine tolle Brücke von Markus und Christian. Ich habe ja viele Bücher von euch gehört. Ein echtes Team seid ihr geworden. Ich hieß, es ist ja einer eurer Spiele, der Ifdal sehr verletzt gewesen ist. Hast du dich wieder erholt? Er hat sich ja beim Spiel mit Arm gebrochen, steht hier. Aber ich habe weitergemacht für ihn und gespielt und bewiesen, dass ihr ein super Team seid. Eure Trainer sind es nicht vollständig. Und dann braucht es für eine super Saison, die das super leistet sind. Macht weiter. So, ihr werdet euch auch nicht. Ich habe es nurIND Ennio gener 세�etri. Aber ich habe ihn nicht vollständig. So, ihr werdet euch auch nicht. So, jetzt hätten wir gerne die Spielertrainerbetreuung der E3. So, jetzt haben wir gerne die E3. Aber hört euch gut an, was eure Trainer sagen, dann werdet ihr auch weiterhin erfolgreich sein, wie ihr wart. Also, das gebe ich euch mit auf den Weg. Und jetzt gibt es euch eure Züge. So, ich gucke gerne die Trainer, Betreuer und Spieler der E-Zwein. Noch ein Tor. Also, liebe E2-Spieler, ihr habt in diesem Jahr gezeigt, dass man durch Respekt, Freude, das Team zusammenwachsen und auch Freude am Fußballspielen anfasst, auch wenn man nicht immer gewinnt. Dennoch habt ihr nie aufgegeben und erfolgreich sieben für eure Mannschaft, gemeinschaftlich und damit macht ihr uns sehr, sehr stolz. Also, weiter geht's. Auch eure Tüte. Wie, zweimal mal zum Foto hier hoch, bitte. Wie, zweimal mal zum Foto hier hoch, bitte. So, und jetzt hätten wir als letzte Mannschaft gerne die Trainer, Betreuer und Spieler der E1-Jugend, bitte. Also, da. Sie meinen, dass es uns wenig freil ist. Die E1-Jungs hat in der Hinrunde eine tolle Entwicklung gemacht. Die Jungs waren immer mit viel Fleiß und korrigierten auch dritten bei Wind und Wetter bei den Spielen. Das würde der Nikolaus sich auch für die Riffrunde wünschen. Schönen wir das Äpfel, Weißhände, Fieber, Brot, an dem dort Äpfel. Wir haben hier den Nikolaus Döner vorgestellt und eine Viereckrücke und ein Polz. Bei uns war es eine Polz. Das war's für die Riffrunde. Das war's für ziel. Alle bachen die Zweiten drücken. Im Namen der Eltern wollen wir uns nochmal bei den Kindern bedanken. Der Nikolaus hat natürlich auch in seinem heutigen Buch geschrieben, dass die Kinder toll waren. Die haben die Kinder schon unterstützt. Die müssen nur den Kindern noch ein bisschen mehr Druck geben. Die wollen uns den Namen der kompletten Eltern nochmal bedanken. Und ich glaube der Nikolaus hat was für die Trainer mitgebracht. Das ist die Tüte für den Frank. Wo ist der Frank? Das ist die Tüte für den Berg. Vielen Dank. Alle nochmal Danke sagen an die Fehler? Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.